Ich bin Straßenfotografen und mache Fotos von interessanten Menschen auf der Straße. Hast du Lust? Wollen wir ein paar Fotos machen? Für was denn? Es kommt auf TikTok und Instagram und du kriegst die Fotos dann danach von mir und sonst was du hast. Und was muss man für... Einfach nur hinstellen. Einfach nur hinstellen? Okay, wenn man sich nur hinstellen muss, dann okay. Dann lässt du mich einfach so stehen bleiben. Okay. Muss ich irgendwie schauen? Perfekt, einfach zu mir gucken. Sehr cool. Bleib mal so stehen. Mega. Kannst du gut schauen? Auf welcher Seite kommt das? Ja, das sag ich dir gleich. Oh, sieht ganz cool aus. Gefällt dir? Ja.